Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Ausblick auf den 3. August hier auf dem YouTube-Kanal von CMC Markets. Der DAX bewegt sich nur seitwärts, hat gestern einen ziemlich argen Reversal-Tag hingelegt, ist in 3D stark nach oben gestartet, dann aber gab es wieder Verkäufer und das ist auch das, was hier wirklich auffällig ist, dass bei Kursrücksetzern, so wie eben auch heute Morgen wieder ein Plus von 33 Punkten. Bei Kursrücksetzern sind Anleger da, um zu kaufen, bei Rallys nach oben allerdings nicht. Wie erklärt sich das? Nun kann man natürlich an der Börse immer viele Gründe finden, aber einer ist sicherlich auch einer, der heute nochmal befeuert wird, ist das Thema Inflation und Kostendruck, weil das Thema Inflation hat ja zwei Aspekte. Das eine ist, dass es die Geldpolitik bestimmen kann, also eine steigende Inflation kann dazu führen, dass die Zentralbanken schneller die Zinsen anheben. Wenn man sich den Bund Future anschaut, der ist steil gestiegen, die Zinsen sind also deutlich nach unten gegangen. Da ist die Erwartungshaltung, dass da an der Geldpolitik aufgrund der höheren Inflation irgendwas passieren wird, fast völlig aus dem Markt raus. Da gibt es aber einen zweiten Aspekt und das ist der Kostendruck, der auf die Unternehmen entsteht. BMW heute Morgen mit sehr guten Quartalszahlen hebt aber den Ausblick nicht an, sondern verweist auf einen erhöhten Kostendruck durch Rohstoffe, durch die Knappheit an Mikrochips und das führt dazu, dass alles teurer wird im Einkauf und damit muss man erstmal klarkommen. Die BMW-Aktie zwar im Plus, könnte aber wahrscheinlich besser und stärker im Plus sein, würde es diesen Kostendruck nicht geben. In dieser Woche wird es ja ganz, ganz viele Quartalszahlen geben und da ist eben das Thema Kostendruck und wie gehen die Unternehmen mit den teureren Preisen um? Wie können sie ihre Margen halten? Können sie diese Preise weitergeben an die Kunden im Rest des Jahres? Wird das so funktionieren? Das ist ein ganz, ganz großes Thema, das dann eben insgesamt zu einem weiteren Punkt kommt und da kommen wir zu den Einkaufsmanager-Indizes, die gestern gemeldet wurden aus den USA und auch aus China, die zeigten, dass hier das Thema Zenit-Wachstum dann doch eines ist, mit dem sich die Märkte insgesamt herumschlagen müssen. Ob das dann aber kurstechnisch relevant wird, das wird sich zeigen, vor allem eben weil ja der Germany 30 Cash CFD, also DAX bei CMC Markets, handelbare CFD, ja die 542, 15.542 weiter hält, werden gestern zwar marginalen Schlusskurs drunter gehen, aber heute wieder drüber. Also es ist dieses Pendeln um dieses Niveau herum. Solange wir drüber bleiben, ist es ausbaufähig. Darunter würden erste Zweifel entstehen. Es geht immer noch um dieses Tauziehen zwischen den Verkäufern, die den Markt nach unten gedrückt haben im Juli und den Käufern, die es bisher eben nicht geschafft haben, auf ein neues Rekordhoch zu gehen. Wir müssten über 15.816 drüber. Gestern der Versuch, da wurde klar abgewehrt, eben in Richtung des Allzeithochs zu gehen. Das gilt es jetzt zu beobachten, ob das denn funktionieren wird. Aus China gibt es auch News. Digitales Opium, so wurde in Staatsmedien in China, wurden Online-Spiele und Computerspiele bezeichnet. Das belastet natürlich Tencent, die fünf Prozent ins Minus rutschen, aber es vermieden haben, auf ein tieferes Tief zu gehen. Das Tief am Mittwoch, 28. Juli bei Tencent war tiefer. Das ist der Kurs in Hongkong-Dollar, Real-Time jetzt minus 5,4 Prozent. Ja, also es ist kein tieferes Tief entstanden. Damit wäre die Chance, wenn wir einen Tagesschluss bekämen, über den 29. Juli hoch, also über 494,10, dass hier ein 1, 2, 3 Tief entstehen. Entsteht aber hier das politische Risiko, man sieht es, ebbt nicht ab, obwohl es ja in der letzten Woche die Bekenntnisse gegeben hat in der Videokonferenz der Wettpapieraufsicht in China. Ja, wir machen nicht weiter. Hier scheint das allerdings dann doch nun kein Friede, Freude, Eierkuchen zu sein, muss man so zu sagen. Am Gesamtmarkt allerdings, wenn wir uns den Hongkong 50 Cash CFD anschauen, haben wir eine Bodenbildung am 28. Juli gehabt, ein 1, 2, 3 und stecken jetzt ein bisschen fest an der 1,61er. Wenn wir uns den China A50, die festlandchinesischen Aktien anschauen, dann gibt es da im Tageschart die Möglichkeit, dass da sich auch ein Boden bildet, also inmitten der negativen Nachrichten sehen wir, sollte der China A50 über 15.668,50 gehen per Tagesschluss, dann würde da ein 1, 2, 3 Tief entstehen. Also da trifft auch wieder genau das zusammen, was in der Börse oft passiert. Die Nachrichten sind negativ, der Markt macht trotzdem eine Bodenbildung. Bisher hat das nicht gemacht, ja, keine Ahnung, ob er es machen wird, aber mit so einem Signal wäre genau dieses Konträre halt mal wieder hergestellt, dass das, worauf die Mehrheit der Menschen achtet, nämlich auf die negativen Nachrichtenumfeld, dass das dann oft an der Börse ganz anders gespielt wird, wenn am Ende viele verkauft haben und nicht mehr verkaufen wollen, stabilisieren sich die Kurse. Das versuchen sie hier zu tun, eben auch mit Hilfe, muss man auch dazu sagen, der chinesischen Regierung, die eben ankündigte, hier fiskal oder geldpolitisch stützen zu wollen. Und damit eben, ja, dieses Plunge Protection Team, das eben letzte Woche auch mittels Videokonferenz, mittels Artikeln in Staatsmedien dann aktiv geworden ist, um die Stimmung zu verbessern, dieses Plunge Protection Team ist weiterhin hier aktiv. Also das muss man immer im Blick behalten, auch wenn die Nachrichten schlecht sind. Man kann eben negativ steuern, indem man reguliert oder man kann positiv steuern, indem man expansiv wird, was Geld und Fiskalpolitik anbelangt. Ab 9 Uhr geht es nochmal in die Tiefe, was Infineon, was Fraport angeht, die ihre Gewinnprognose angehoben haben. Ich werde mir BMW anschauen und Tesla im Übrigen, die gestern versucht haben auszubrechen nach oben. BYD aus Hongkong, die machen ein weiteres Plus heute, sind vorgestern ausgebrochen. Also dieser ganze Elektromobility Space ist sehr, sehr spannend, werde ich mir im Detail dann anschauen. Ab 9 Uhr. Ich lade euch alle herzlich ein, einzuschalten. Bis gleich. Sägei, ein weiteres Voraus. Am 10 Uhr. Ab 9 Uhr. 미ach. Ab 9 Uhr.